Guten Tag, Herr Westram. Na, steigt bei Ihnen etwa auch schon der Puls? Sind Sie etwa schon im WM-Fieber? Bestimmt bilden sich in Ihrer Firma schon die ersten Tipp-Gemeinschaften und die ersten Wetten werden abgeschlossen. Tja, denn in wenigen Monaten steht die WM vor der Tür. Na, drücken wir unseren Jungs jetzt mal kräftig die Daumen, dass es dieses Mal mit dem ganz großen Ziel klappt. Aber jetzt mal zurück zu Ihnen. Auch Ihre Jungs brauchen Ziele. Ziele, die Sie motivieren und die nachhaltig wirken. Warum richten Sie nicht einfach mal ein Fußballturnier aus? Zum Beispiel mit einem großen Finale in einem echten WM-Stadion. Oder sogar eins, der etwas ganz anderen hat. Wir stellen Ihnen dazu gerne mal ein paar Beispiele vor, die zeigen, welche Wirkung und welchen Erfolg solch ein Event mit sich bringt. Auch Marken und Unternehmensbotschaften lassen sich in solch einem Umfeld ideal vermitteln. Vielleicht wird so auch schon bald Ihr Sommermärchen wahr. Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin mit unserem Kapitän. Sie erreichen ihn auf dem Fußballplatz oder unter 0212-260-6180. Übrigens, ich wäre auf Wunsch natürlich auch vor Ort und würde Ihrer Firma meine Stimme machen. Ihr Werner Hunt Ich bin auf Wunsch. 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 Vielen Dank.